ja let's go holen wir uns das backup für das neue iphone 4s pro aufschnitt 1 woche ultra plus ultra ja komm schon sei kein lauch mann außenrum wir kriegen das schon hin so was gibt es da da müssen wir hoch ne kann ich hier runter ne sieht das geil aus ja hier wohnen auch keine leute mann oder hier leben keine leute der herkules man wie geil ja ja diese kletter gefällt mir richtig gut und so steilig flüssig hallo eine schlange eine schlange irgendwie die lautstärke musik lautstärke dialog mein dialog effekt lautstärke ich mag immer dass man die bisschen lauter hört halt nur so so jetzt kann ein bisschen aufdrehen glaube ich so ich glaube oder reden die jetzt wieder weiter und das war zu laut bestimmt ein bisschen weil irgendwie die dialog habe ich nicht so gehört 80 so besser glaube ich ne okay ich hoffe offen ich höre offen hier hoch vorsichtig wir wollen nicht dass diese dinge nach hilfe von unten rufen perfekt sehr gut okay nimm du den linken ich übernehme den da recht okay ich rücke vor ich muss mich anschleichen und mit meinem spiel ausscheiden er darf mich nicht sehen okay ich sollte erst scannen den patrouillen weg prüfen ach stimmt zu spur markieren wo kann ich noch mal stein werfen ach nach unten ok jetzt kann ich ihn mit dem speer ausscheiden na vielleicht na ich glaube hoppala ich habe ich habe gescheitert oder was erzähl mir doch kein stein aufheben wo ist der patrouillen weg erzähl mir der ada spur markieren so genau stein komm hierhin helf wie es werfen wieso ach r2 hab mit r1 geworfen hätte ich geduckt und still so und jetzt könnte ich ihn ausschalten mit r1 stiller schlag sehr geil ja man ja 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 ok meiner ist auch erledigt ok 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 aber einfach falsch geworfen paar steine mitnehmen und verpfeile zu machen hier wieder stellen wir mal ein paar pfeile auch haben wir genug schon ok ja perfekt ist der mission einfach gefällt ja lesen vom vorteil so muss ich die route scannen ich könnte die route scannen ne so ich glaube ich muss näher gehen ne um die route zu scannen so spur markieren ziel markieren r1 ist route markieren ah doch hier ja ja jetzt sehe ich die route das heißt gleich geht er hier vorbei er geht hier vorbei und ich kill den oder wo ist der der ist hier perfekt direkt ins auge mann alles mitnehmen so ja geht geht still geht auch ne obwohl wir eigentlich gerne headshots verteilen so an sich genau das meint ich was komm weg weg mir hier oha oh nein daneben ok treffer war soll er ich dachte ich brauche den auf dem boden ja doch jetzt hat geklappt was der schaden ok doch warum hatte der schaden ich sagen wollte du scheinst einen neuen look zu haben mitnehmen mitnehmen ich hatte nicht viel zeit mich zu rasieren als ich dir hinterher bin keine angst das ist nicht dauerhaft gut entschuldige dass mein schnurrbart dich beleidigt hat ha 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 einfach gewisst einfach den schnurrbart beleidigt der war bestimmt er der war so stolz auf sein schnurrbart so der meinte immer so ich liebe mein schnurrbart ich habe jahrelang gepflegt sieht wie eine sackgasse aus die löse sagt einfach schneider schneider scheiß dinge weg gefällt mir nicht ok gräber durchsuchen ach die selber auch down was noch ach die sind tote ich sehe gar nichts leiche durchsuchen ok oh ah konnte ihn wohl nicht mehr nutzen ah eine richtige 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 heiltrank krank vorsicht da sind fallen fallen vielleicht kann ich sie entschärfen falle gedrückt entschärfen ok sprengfalle entschärfen mitnehmen ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen kann ich die nicht mitnehmen ja doch wie es aussieht schon wie es aussieht schon wie es aussieht schon wir machen weniger wir machen wirklich wenig schaden mit dem dinge oder kleine vorrat mitnehmen mit unserem schlag ah springfalle erkennt ich ein combo move oder so moin ey fahr aus was geht irgendwie die combo ist zu wenig herstellung ach ach hier herstellen ok ok da kann ich noch noch nicht mitnehmen ok sammler sprengstoff was mitnehmen so schon wo sie sich oder kennst du gleich spielen das ist nützlich zur gännschen ein bisschen gibt es da was neues so wir nehmen alles mit ok ich habe jetzt alles für eine falle ah jetzt können wir eine falle herstellen ok herstellen aber wir können nur sprengfalle ne sprengfalle sprengfalle 2 nehmen wir mit nehmen wir mit so ach da barm jung ey das sieht so krank aus ne das sieht so geil aus das spiel muss ich schon sagen man ja maschinen wir haben uns noch nicht gesehen oh neue maschinen ich hab diese maschine schon mal gesehen ein wühler ein wühler teile teile markieren oh fallen ja 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 das wäre geil ja man nein was ja das hat weh hä warum hab ich mich perfekt einfach perfekt habt ihr gesehen so macht man das perfekt man muss ich musste ich musste erst testen ob die falle auch sicher ist da also dass die auch explodiert wisst ihr weil wäre ja uncool wenn ich eine falle hinlege und die explodiert ja gar nicht das wäre schon cool und so haben wir die getestet die explodiert auf jeden fall die falle explodiert auf jeden fall die legen wir hier hin schnell hauen wir ab was so der merkt das gar nicht hat mich gesehen ja okay aber nicht ab in die falle mit dir ja 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 komm näher komm näher heilige worte one hit einfach one hit ok geil so wie sieht's aus hat er mich gesehen kommt der näher bestimmt ne komm näher komm näher ich könnte dir angucken was der so ok der haut wieder ab ne ah nein dreht sich gleich wieder unbestimmt ah komm ok jetzt haben wir zerstellen wir seine zack perfekt mitgenommen ja man muss auch nicht alles so im schleichtmodus bevor schleichtmodus war ok ok also kann man auch kann man machen aber guck mal ah stimmt wenn wir teile abschießen können wir die sogar mitnehmen können wir die sogar mitnehmen sie haben alle ihre geheimnisse aber jeder ort ist anders ja jeder ort ist anders aber auch ziemlich gleich ich weil immer nur looten und bisschen bisschen gegner verkloppen kann ich hier wieder herstellen ich kann wieder herstellen geil ok so ich muss jetzt nach oben wie komme ich nach oben was ist das hier ja ich sehe ich schon schlüssel ja perfekt wir haben gefunden jetzt müssen wir noch den eingang finden hier muss doch safe da hoch ne von da nach da nach da okay das ist komplett von hier anfangen oder kamen wir von da wir kamen von hier unten wir kamen von hier unten alles klar das heißt hier müssen wir hoch aber ich kann das nicht ne ich brauche irgendwas oder hier ah ja hier perfekt guck mal geht doch wo ist das ach der große ja 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 hoffentlich nicht äh wie komme ich darüber hier ah ja perfekt wow schreit nie so mir erschreckt da holt ihr aber richtig aus perfekt tür öffnen schlüsse haben wir ja mhm stage 14 oder was da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf Sturm? warum? sie werden stärker und häufiger das ist oh ring auch ja aber das geht nur wenn ich das backup finde ich glaube wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch finden wir das Backup? hier sind Daten du kannst sie mit dem Fokus scannen scan mal achso wir auch Notiz ansehen Textprotokoll ok ah ist gut Zero Dawn aber nichts darüber woher sie ein Backup haben ok können wir hier was alles andere ist kaputt ne? das schaue ich mir später genau an was für glyphen aber gut ja ok weiter geht's wir müssen wohl hochklettern hoch? ach da hoch ja geht nehmen wir das erstmal tippe Fokus was? Fokus Impuls der 3 klärtangriff achso ah ok dann sehen wir auch wo wir klettern können ja perfekt einfach boah hab ich mich erschreckt einfach Cheatcode hier wieso nicht ja ok dann hier ah die Treppe ja die äh Treppe Leit darunter sehr gut schon Cheatcode mit diese mit diesen Scannen hier ne schneller 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 es ist ja auch 1.000 Jahre alt was mit dem kriegt der kommt der irgendwie rein was könnte fallen lassen nein kommt der hoch ja denn ich hoffe mal der gemacht den gleichen weg die tür auf der anderen seite ja aktivieren holo anzu anzu das Zero Dawn Terraforming System ach stimmt das ist das ne mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia der Kern des Systems in der Lage Planeten fortgeschritten zu entwickeln was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt Verfahren Phase 1 das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren Status vollständig Phase 2 das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen ok könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen Beurteilung hängt an mhm check das dass die das ist dass die das ist vorher Senior hat Gaia gestohlen Eloy warum sieht die Frau aus wie du ähm ist okay Val wir sehen uns ähnlich weil sie exakt ich ist gleiches Genmaterial aber sie war eine der alten wie kannst du sie sein und zwar wurde ich nicht geboren ich wurde geschaffen von einer Maschine ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen ich verstehe das nicht welche Maschine erschafft einen Menschen erinnerst du dich dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist es es ist noch mehr sie heißt Gaia und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt bis sie sich selbst zerstören musste dann schuf sie mich um sie zu retten ich bin die einzige die das kann und hier ist meine letzte Hoffnung also verdreht man hm du hast mal gesagt dass die Göttin zu dir sprach als du in den Urmutterwerk gingst war das diese Gaia ja aber sie ist nicht die Göttin es gibt keiner woher weißt du das klingt als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben ich habe viel darüber nachgedacht mit dem Fokus wirst du das auch aber jetzt laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia Kopie im Rechenzentrum also müssten wir dahin okay okay die Gaia Kopie also diese ja diese Archie sozusagen eigentlich ist das so eine Archie die wo wir wieder von der Erde fliehen wollen oder was wollen wir das überhaupt hier drüben ich habe etwas nützliches für dich gefunden ich bin hier schreinig eine Waffe eine Waffe Waffe wir sollten weitergehen nach dir zeigt mal welche Waffe er springt vor der Bombe große Flächen achso ja kennen wir von Teil 1 auch ja sehr gut bestimmt so eine Bombe Schleuder das macht an sich schon Schaden gibt es hier irgendwas zu looten nein kein Loot und Leveln also weiter gehts okay ich weiß nicht ob der Sprung so optimal aber ja perfekt kommen raus hier wir wollen keine Höhle wir wollen in die freie Welt aber da wollen wir das überhaupt ich denke schon äh so was gibt es hier wo ist die Maschine heilige Scheiße ja nicht gut diese gar nicht gut diese die Maschine nicht so wer ist es wo ja können wir von Schleuder hier von hier oben hä wohin wohin hat die denn ach ich soll ich aufladen man aufladen ah ok hu 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 wir kriegen selber Schaden oh nein ach hier da ist er ah ich verstehe Plünderer was mit dir eingefroren und mehr Schaden machen ok ja Junge ich wollte schon schießen ich hätte aufladen müssen oh Leute Menschen ja all die Orte an denen ich zuletzt war richtige Menschen äh wo wir schon waren gehörte er auch zu Farsine ok hier geht es nicht weiter dann hinten hier kommen wir vielleicht rüber wo hier vielleicht ach so ja da unten ja ja ich komme ja schon kann ich hier rüber Fokus Impuls ist hier irgendwas eigentlich nix besonderes ne also können wir hier durch ja perfekt Heilung mitnehmen haben sind wir geheilt ja wir sind geheilt genug boah das hat wie getan was ist hier unten ne da ist gar nix oh ja im Wasser könnte jetzt wieder die Schlange kommen ne einfach Wasserschlange gibt es irgendwas ne ich habe gedacht hier ist was zum aufsammeln schönes da hinten ja sieht so aus als hier wäre irgendwas learn to play ok los gehts so alles alles nebenbei mit aufsammeln ja ok oben ja doch hier hier hoch geht es ok perfekt guck mal genau dahin wollte ich doch 90 schritte ok hier rechts oh nein 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 oh nein oh nein was passiert hier komm schon raus mit dir nein ich werde runter gezogen ja sehr gut wow sagt der wow und ich so wow wir können sie im fokus markieren und im auge behalten oder ausschalten wie wäre es mit ausschalten ich bin ein freund des ausschalten markiere fokus wo die gehen ja könnte ich auch machen oder da sind aber größere maschinen glaube ich ne hat er mich gesehen ja ja so hier geht es auf jeden fall entlang naja die maschine kommen ja komm näher komm näher und die zweite kommt was mit der zweiten okay drauf ach ich springe auf 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 fährt aber wir sind auf kreis hier wow wow was war das denn hier für okay sehr gut wo ist denn die andere maschine ach hier wow was macht die gibt es doch nicht nicht schlecht das kriegt eine schelle okay was hat er denn da geworfen rauchstoffbehälter wir nehmen alles mit ne ich hoffe die unsere inventar ist nicht irgendwann voll und dann müssen wir ausmisten oder so am besten wäre einfach alles mitnehmen fertig das wäre am besten direkt durch die mauer ja was hat er geballert da richtige ja da war ich schon kann ich hier wieder was herstellen ja auch kann ich herstellen perfekt diese eiswürfel können wir sogar zwei direkt so so da hoch ja perfekt dass alle leitern auch zu sein müssen ne nur damit wir da laufen ach hier kiste perfekt oder ist doch gestern nein irgendwelche bären so hoch mit ihr iloi du machst das schon aber sag doch mal sona fand es okay dass du in das heilige land zurückgegangen bist als kriegsherrin der nora verstand sie warum ich dir unbedingt folgen musste ach so war sie nicht begeistert ist sie denn je begeistert ich habe sie noch nie gesehen irgendwie doch teil 1 da war der ne teil 1 kann ich mich erinnern an den typ irgendwie aber war der so ein guter freund oder hat er irgendwie einfach nur so zu uns rüber gegangen kann ich mich nicht aber diese wie heißt er noch mal war irgendwie kann ich mich so perfekt an war erinnern aber ja egal dass der mitkommt zu zweit schon mal besser als alleine denke ich mal mit dem war da sind wir ja man hat sich das sexy aus oh da ist das biest das sind mehrere biests ist nicht nur einer das sind mehrere wo und wort und wenn sie die ganzen getötet haben kommen bis ins rechte das geil aus und sie nicht frontal angreifen wenn wir eine siedlung suchen und jäger um hilfe bitten das dauert wochen aber sei 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 nicht mit post jemanden ich kriege ich alleine hin das ding ich finde es raus wir kämpfen gar nicht gegen die glaub mir und weg ist sie wir schmeißen ein scheiß schiff ich muss nur zum shuttle kommen um es irgendwie in die senke fallen zu lassen wir wollen das schiff auf die drauf schmeißen puh guter plan